Einen Tag vor dem zweiten Advent steht für die LG Nord und den SC Tegeler Forst die letzte Veranstaltung des Laufjahres 2016 an. Zahlreiche Teilnehmer haben bei blauem Himmel und Sonnenschein in den Tegeler Forst gefunden und können auf der anspruchsvollen Cross-Strecke ihre Kondition unter Beweis stellen. Ja, und die Zeitmessung spielt bei einer professionellen Veranstaltung natürlich eine wichtige Rolle. Auch hier sind die Teilnehmer bestens betreut. Also Hintergrund ist, wir haben die Anlage seit drei Jahren im Betrieb, sind sehr zufrieden damit. Vorteil ist einfach, wir haben innerhalb von kürzester Zeit, etwa zehn Sekunden nach dem Zieleinlauf steht die Zeit zur Verfügung. Sowohl hier auf dem Monitor zum Beispiel oder im Internet, da ist wenig zu korrigieren. Ja, wesentlich mehr zu korrigieren gibt es für die Läuferinnen und Läufer. Diese können auf verschiedenen langen Strecken an den Start gehen, angefangen beim Schnupperlauf über 6,8 Kilometer bis hin zum großen Hauptlauf, bei dem sich die Teilnehmer an den steilen Hängen gemäß dem Namen des Lauf-Events zersägen können. Immer starke Läufer im Verein, auch schon vor 50 Jahren. Der Lauf ist nämlich schon sehr alt. Und da waren einige Langstreckenläufer dabei, die sich untereinander Konkurrenz gemacht haben und zersägt haben durch das Laufen, durch die Anstrengung. Daher kommt der Begriff Zersägen während des Laufens durch die Berge, durch die Strecke. Ja, und zugleich geht es auch auf diese Strecke für die Läuferinnen und Läufer. 150 sind es insgesamt. Nach dem Start geht es zuerst auf eine 800 Meter lange Einführungsrunde und dann gelangen die Teilnehmer auf den berüchtigten Sega-Serien-Rundkurs. Tja, und dieser hat es wahrlich in sich. Denn hier geht es nicht nur über Stock und Stein. Nein, hier müssen gleich ganze Steilhänge von den tapferen Läufern bewältigt werden. Und einer, ja, der geht gleich mal richtig ab. Philipp Vergrüß, den Hauptstadt Sport TV-Zuschauern, bereits bestens als Sieger des Kreuzberger Viertelmarathons bekannt, legt ein beeindruckendes Tempo an den Tag. Mit einer grandiosen Siegeszeit von unter einer Stunde gewinnt er auch dieses Mal den Hauptlauf. Und dann ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, ein glücklicher Sieger. Nun habe ich von Anfang richtig drück gemacht. Ich wollte irgendwo eine gute Zeit laufen. Aber dann war es natürlich hart, dritte, vierte Runde. Und dann fünfte und sechste, okay, dann geht das relativ schnell. Aber eine harte Strecke. Eine harte Strecke ist es allemal. Und so muss auch unser Sieger zugeben, dass die Strecke ihren Namen auch wirklich verdient hat. Denn hier zersägt es selbst die Besten. Diese zwei sehr steile oder sehr hügelig ist vielleicht nichts. Aber es gibt auch eine Strecke, wo man ab und ab geht. Und da muss man Rhythmus finden. Und ja, dass es dann vielleicht noch mehr anstrengt, dann diese, okay, 30 Sekunden alles geben. Und dann baf, bis oben und dann rutschen wir rundherum. Ja, und mit diesem Crosslauf geht auch für die LG Nord das Laufjahr zu Ende. Doch nicht verzagen, die nächsten Events wie der Hallen-Siebenkampf im März kommenden Jahres leiten. Ein neues sportliches Jahr für alle Leichtathleten. Leichtathleten ein, natürlich zu verfolgen bei uns. Na klar, hier auf Hauptstadt Sport TV.